Was ist es denn, wozu du uns Frauen hier zusammenrufst? Was ist das Ding und wie groß ist es? Groß! Etwa auch dick? Auch dick beim Zeus. Die Frauen, die wir fütterten im Haus als übel, wie sich zeigt, sind im Besitz des Heiligen Betts und haben meine Burg erstammt. Die Frauen, die wir fütterten im Haus, sind im Besitz des Heiligen Betts und haben die wir fütterten im Haus. Opa, Opa, Tabu, Zulia, Opa, Kee, Opa, Hamas. Die Frauen, die wir fütterten im Haus, sind im Besitz des Heiligen Betts und haben die wir fütterten im Haus. Musik Musik